so folge nummer weiß ich nicht wie hier muss ich überhaupt noch aufnehmen heute morgen noch zwei stück also noch drei mit der habe ich noch ein bisschen was zu tun ich habe irgendwie angst jetzt die ganze zeit wenn ich so dahin und her fliege dass mir das spiel abschmiert ein bisschen angst vor aber auch nur ein bisschen ein kleines bisschen ich weiß nicht ob ich direkt da über die fliegen soll ich mach's mal irgendwie die äste direkt in die fresse das sonnen sieht auch wieder richtig geil aus allein die map finde ich richtig nice so irgendwo da hinten ist der nächste funkturm dann war auch schweine nein vollidiot ich wollte noch ein bisschen weiter fliegen spritze rein dann rennen wir dahin ich glaube hier oben ist auch ein außenposten kann das sein ja oh nice irgendwie stimmt das mit dem wasser hier nicht so ganz nee irgendwie stimmt da was nicht aber egal so so und scharfschütze da ist der alarm da haben wir noch einen scharfschütze oh man zwei alarme haben wir hier so 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 Natürlich sind wir fertig. Ich jedenfalls. So. Und einen weiteren, weiterer Außenposten. Wir fahren mal direkt hier rechts hoch zum Funkturm. Dass wir die Mip mal wieder ein bisschen aufdecken können. Oh. Das hat sehr gebracht. Hoppla. Nein. Später. Da ist der Turm. Hoppla. Ich wollte ihn gar nicht überfahren. Können wir fast direkt dran vorbei. Toll. So. Ich höre irgendwas auf dem rechten Ohr summen. Ich glaube kaum, dass das hier drinnen ist. Bei mir. Ja. Hm. So mal. Äh. Jetzt. Fuck. Die Folgen sind ganz schön groß. Sechs Minuten und schon 1,5. Hm. Oh. Was ist der Hinterhalt? So, letzte Leiter. Dann haben wir es geschafft. Na, hier ist der schon. Und dann geht's nach Bad Town endlich. Was ist das? Aha. Und eine Unterwascherhöhle. So, wo müssen wir hin? Da hin. Scheiße. Ich würde jetzt eigentlich direkt da runter gerne. Zum Auto. Aber gut, dann müssen wir halt den nehmen. Direkt den Böden. Schleicht. So fucking bad. Kann ich? Moment. Was? So. Drecksack. Joker-Karte. Leeres Feuerzeug. Und da haben wir auch noch was. Söldener Hundemarke. Und ne Granate. Naja, das hat sich gelohnt. Da vorne ist ein Auto. Super. Ne, doch kein Auto, aber ein Schatz. Mistviecher. Ach, schau an. Hm. Nice. Relikt. Relikt 3 von 120. Wildschwein 27. Das Wildschwein ist ein Symbol des Trosses und Stolzes. Wildschwein-Relikte sind nicht einfach zu finden. Rechne damit, einige Sprengungen durchführen zu müssen. Gut. Aber nice. Und was das hier soll, verstehe ich auch nicht ganz. Gott, ey, hier gibt's so viel in dem Spiel zu entdecken. Geht weg, geht weg, geht weg. Ich reiß dich aufeinander. Ich reiß dich aufeinander. Ja, kommt doch ihr. Ja. Ich hacke dich in der Luft. Du gehst nicht. Jetzt hab ich nicht geschaltet. Fuck. Alter, was ist denn das für ein Spinner? Krass. Egal. Wie fahren wir denn jetzt? Okay. Ey, ey, ey. Moin. War das intelligent? Nein. War das durchdacht? Ja. Kommt nicht mehr raus. Müsste mal gucken, müsste mal gucken, ob ich ein besseres Scharfschätze finde im Shop. Da ist nochmal zwei von denen. Ist alles voll mit Piraten. Äh, hä? Hä? Nochmal. Nochmal. Oh, da geht's ein bisschen bergauf. So, Bad Town. Die Siedlung. Das ist die aus meinem Traum. Echt? Scheint nicht gerade zu florieren. Hä? Eine Marionette für deines Gleis. Einfach fein lassen. Schauen. Bad Town. Gut. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann mal schauen, ne? Wir sehen uns dann. Bis dann.